Ja, schön, dass du es früh gesagt hast, weil ich gehe jetzt um den Pyramus, da ist der Maibaum aufstellen und dann tanze ich in dem Mai und ich melde mich dann, wenn ich dann da bin. Ja, so, ich bin jetzt da, das geht schon fast los hier und wir sind dann hier auf den Maibaum und wir müssen, wir haben gesagt, dass der halbe Hütte kann und es ist wieder Frühling, es ist wieder 1. Mai, morgen, das heißt für uns, wir wollen heute mit Ihnen den Maibaum hissen, ich habe mal nachgelesen bei Google, was heißt Maibaum hissen, warum, das heißt, weil die fruchtbaren Tage wieder losgehen, deswegen wird der Maibaum gehisst. Bei uns sind es nicht nur die fruchtbaren Tage, bei, Herr Christian, hallo, bei uns sind es, es fängt jetzt auch die Zeit an, dass wir wieder rausgehen, wir fangen wieder an draußen unsere Show zu trainieren, wir waren den ganzen Winter drin, haben neue Musik einstudiert und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt geht es wieder los, wir gehen wieder auf Reisen, wir gehen wieder auf Wettbewerbe, wir machen wieder Auftritte, unter anderem haben wir, also nicht nur normale Auftritte, sondern dieses Jahr ist ein besonderes Jahr für uns, nämlich wir werden dieses Jahr 40 Jahre alt. Jetzt ist der Moment, wo man klatschen könnte, wir haben da natürlich auch einige spezielle Sachen geplant dieses Jahr, nicht nur die normalen Wettbewerbe in Hameln und in Holland, die Europameisterschaft, die wir wieder mitmachen werden, sondern wir werden dieses Jahr auch wieder nach England reisen und da ein Kontist mitmachen. Dann werden wir ein großes Musikfest machen, jetzt muss ich kurz nachlesen, am 12. Oktober in der Sporthalle in den Hagen, wenn jemand interessiert ist, da wird es in ein paar Monaten die Karten schon zu kaufen geben, werden tolle Musikgruppen kommen, wir werden da unsere Show noch mal laufen in der Turnhalle in den Hagen, die ist ja jetzt super renoviert, da haben wir jetzt noch mehr Platz drin, vielen Dank, Herr Makel. Keine Ahnung, ob er da ist, wahrscheinlich nicht. Ja, wir werden eine kleine Feierstunde machen am 28. August, wenn wir wirklich Geburtstag haben, wenn wir wirklich, das war der Tag der Gründung, dann werden wir, wie gesagt, wir werden am 14. Juli nach Barnsley, England reisen, da zu der 40 Jahre Blue Diamonds noch mal einen Wettbewerb machen und gucken, was wir da für Punkte bekommen. Heute Abend werden wir, hallo, nervt ein bisschen, heute Abend werden wir die ersten Noten schon mal präsentieren von unserer neuen Show, das wird so ungefähr in einer Dreiviertelstunde losgehen, die Kinder fangen an, in einer halben Stunde circa, die Kinder fangen an mit ihrer Show und danach wird das Maincore ihre neue Musik präsentieren, wir sind noch nicht ganz fertig, aber wir sind schon so weit, dass man ein bisschen was zeigen kann, da seien Sie gespannt, das geht dann in der Halle los, werden Sie aber hier draußen mitbekommen. Ja, dann sind hier so einige andere Sachen noch geplant, in der Halle auch, die mit dem Jubiläum nichts zu tun haben, wir haben es geschafft, jemanden zu finden, der unsere Dachfläche pachtet, wir werden das alles mit Solar ausstatten hier im Zuge, dazu wird unser Dach auch saniert, das hätten wir als Verein natürlich nie bezahlen können, aber diese Solarfirma saniert das Dach komplett und baut dann ihre Solardinger da drauf und dann werden wir da auch noch ein bisschen Geld von bekommen, das heißt, saniert das Dach und durch den Strom auch noch ein bisschen Geld von bekommen, also besser geht es eigentlich gar nicht, hätten wir so nicht machen können als Verein. Dann, ja, werden wir nächste Woche, nee, diese Woche Freitag haben wir einen großen Termin, Christian, guckt schon, und Jackie, wir sind bei der Plattenkiste beim NDR 1, das heißt, wir machen da eine Aufnahme und werden am 18. Mai live im, nee, live ja nicht mehr, aber die Aufzeichnung ist am 18. Mai NDR 1, da werden wir ein bisschen was über den Verein erzählen, wenn Sie Lust haben, schalten Sie gerne ein, ich glaube, einige Leute werden hier noch Radio hören, oder? Hört noch jemand NDR 1? Ich denke, das ist noch ein bisschen, ah, ein Nacht noch mal, super. Ja, ansonsten wünsche ich Ihnen heute Abend viel Spaß, genießen Sie es, genießen Sie nachher die tolle neue Musik, ihr wird, das, seien Sie gespannt, das ist was ganz Tolles, was Sie dieses Jahr machen, und haben Sie einfach ein bisschen Spaß heute Abend. Der Mario ist auch endlich da. Gut, dann viel Spaß heute Abend, und ich sag mal, was sagt man dazu? Ist es den Maibaum, oder wie sagen wir das? Ja, Maibaum auf. Vielen Dank, Dankeschön. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du musst so kurz und schnell pusten, nur einmal so kurz und schnell. Ja, jetzt hast du es getroffen. Trompeter hier, den Mund zu machen, die Luft muss halt, ist roher, nicht an der Seite vorbei, ganz lieb. Ja, der andere, das heißt, dass du Trompeter, ich will noch die Konkurrenz machen von den Trompeten. Gucken, ob du die der Oberen auch noch treffen kannst, einen von den oberen Kreisen. Ja, gerne, gerne. Wenn du das erst einmal machen soll, einfach in die Kommentare schreiben. Ich hab schon was getroffen hier. So, das war schon sehr gut. Ja, das hat mir echt sehr gut gefallen. Ja, ich war auch hier und dann habe ich das gesehen. Dann war ich sogar mit meinen Eltern, dann wieder hier. Und mal gucken, ob ich dann nicht sehr mal so ein frisches Video davon. Ja, so, ich hab mir jetzt an den Oberen gestellt. Bist du geflogen? Nein, nein, nein. Wie hast du geflogen? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Es ist auch so ein frisches Bad. Und hier, und ich melde ihn bei den 24. Und gerade jetzt von so, ich hab mir jetzt eine andere Würfelfrost. Ich hab's ein Wege-Gramm gegeben. Ich hab's ein Fisch geschehen. Das ist in der Scharnack. Das ist eine ZC, sehr lecker. Hmmmm. Das ist ja lecker. Ja, das sind ja lecker. Ja, das sind ja lecker. Ichición, ich melde mich an. Das ist nicht so. Ja, das ist nicht so. Ich bin lecker, ich habe einen Scharnack. Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn sie von Salat noch mal haben will, könnt ihr hier essen.